Ja, moin Leute, ich bin's. Es ist unfassbar, hier schreibt einer jetzt, ab jetzt kann man sich in Hamburg das Staubsaugen sparen. Ist echt ein bisschen heftig, ne? Also, jetzt war ja in Schleswig dieses junge Pärchen, was da irgendwie ihre zwei Tornados, Liebestornados gefilmt hatte. Die haben sicher gestritten im Auto. Er durfte irgendwie da nicht raus, weil sie Angst hatte, der nimmt ihn gleich mit. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt bei Stern TV. Ein Tornado macht weltberühmt. Also, dann möchte ich jetzt auch nochmal, dass das Video nochmal ordentlich auf Facebook geteilt wird und auf YouTube geliked wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Als Musikproduzent, ich kann natürlich zu diesem Schauspiel eine Musik komponieren. The Tornado auf Hamburg-Farmsen oder The Tornado auf Hamburg... Ich weiß nicht. Ja, das sind natürlich neue Wetterphänomene, die es so in der Form noch nicht gab in Deutschland. Es gab schon Tornados, aber ganz vereinzelt, ganz selten und vor allen Dingen nicht so in der Größe. Also, dieser Tornado hat ja schon fast eine Kuh mitgeführt oder ein Auto mitgeführt oder Leute mitgenommen. Also, oder Bäume ausgewurzelt, ich weiß es nicht. Also, der war schon ziemlich kräftig und der hatte auch Bodenkontakt. Also, ich weiß nicht. Oder nee?